Man kann das Leben mit einer Playlist vergleichen, hat sie immer gesagt. So ein Schwachsinn. Man kann sie auf- und abhören, aber die Songs bleiben immer noch dieselben. Und irgendwie hatte sie dabei recht gehabt. Vielen Dank, dass du uns begleitet hast auf dieser lustigen Reise, dem Dschungel-Abenteuer. Wir hoffen, dich bald wiederzusehen in unserem nächsten Abenteuer, wo wir das Alphabet auf Spanisch lernen. Spanisch mit Sony. Geschrieben von Alex Holmes. Übersetzt und gesprochen von Rahel Martens.